Herzlich willkommen hier im Alfred-Krupp-Saal der Philharmonie Essen an der Großen Kuhnorgel zum fünften Orgelkonzert unter dem Titel Hinterklostermauern. Künstler und Klosterleute sind verwandte Wesen. Sie suchen nach dem Sinn des Lebens der menschlichen Existenz. Sie suchen den Urgrund, der dahinter steckt. Wir beginnen mit Johann Sebastian Bach. Wo soll ich fliehen hin? Da steht diese Frage schon im Raum. Und die zweite Melodie gibt gleich die Antwort. Auf meinen lieben Gott trau ich in Angst und Not. Und die zweite Melodie gibt gleich die Antwort. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nun nach Frankreich ins 20. Jahrhundert, Jean-Français Suite Carmelite. Er porträtiert die Charaktere von Carmeliterinnen hinter Klostermauern. Auch dort verbergen sich echte Menschen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020